Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Wir sind weiterhin beim Familienhaushalt Grusel. Ich dachte mir, heute könnten wir ein bisschen Zeit mit Janik verbringen. Bei den Sims ist Samstag und da hat Janik keine Schule. Genau habe ich mir jetzt nichts überlegt, was wir machen könnten. Eventuell kann er seine Halbbrüder besuchen. Denn das wäre dann zum Beispiel und warum das Spiel jetzt dieses Outfit, obwohl sie Ernst of the Musikerin ist, sich ausgesucht hat. I don't know that. I really don't know that. Und diese Kameraführung ist so geil. So, also wir wollen dann mal bei seinen Brüdern vorbeischauen. Habe ich mir so überlegt, vielleicht ja, nein, vielleicht. Oder dass es da nicht irgendwie so Familie oder sowas gibt oder Verwandte oder irgendwie sowas. Also er weiß, dass er wild war und heikel. Also Aaron und Antonio oder Aaron und Antonio sind seine Halbbrüder. Doch noch irgendwie, der hat ja noch zwei Halbschwestern. Auch Zwillinge. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, wie die heißen. Aurora, glaube ich. Und Isabella, glaube ich, woanders. Und das sind seine Halbschwestern. Das ist dann eigentlich sein Vater. Man muss dann ins Sims-Profil reingehen. Vater. Und hier haben wir Bruder. Aber. Dann kann man es besser sehen. Ich weiß zwar nicht, was der jetzt auf dem Kopf hat, aber egal. Das sind seine Halbgeschwister. Da ist sein Halbbruder Antonio und Aaron und seine Halbschwestern. Aurora und Isabella. Hey, hey, habe ich mir gut gemerkt. Ja, und morgen soll wahrscheinlich vorerstlich um 19 Uhr deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Zeit oder wie auch immer das Update kommen für die Hochbetten. Also das wird eine Stunde, nachdem meine Folge von morgen hochgeladen wird. Erst rausgepatcht. Deshalb können wir frühestens am Mittwoch die Hochbetten sehen. Dann können wir ja zu einer Familie wechseln, ein kleines Haus haben. Und Mere vielleicht wieder zu Don. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. Lege ich mir was noch. Und schon mal was für Bugs gefixt werden. Und wer weiß, ob das das Einzige ist, was wir bekommen. Ich glaube schon. Gut. Ja. Also hier ist eine Demo. Dann gibt es was zu essen. Dann würde ich sagen, Simon. Hey, den kennt er ja doch. Ach, den kennt er schon. Dann vielleicht können wir ja mit ihm reden. Nach Tagfragen. Oh, man. Volle Kamera. Telefoniert der? Nice. Hey. Hallo. Ich bin Yannick. Ich bin Haruki. Chimizo. Was für ein schöner, sonniger Tag, nicht? Ja, das ist echt toll. Ich habe voll die coole Frisur. Ja, das finde ich auch, ja. Was kannst du denn noch über dich berichten? Ja, ich würde gerne Autos fahren, aber irgendwie kann man keine Autos fahren. Ja, das habe ich mir so auch gedacht, weißt du. Keine Autos fahren. Ja. Ich habe gar nichts über dich kennengelernt. Aber du hast echt ein cooles Outfit. Ja, danke schön. Das hat auch viel Geld gekostet. Teure Autos kosten viel Geld. Und diese Schuhe? Die waren auch teuer. Aber das ist mir zu viel. Ach, sorry. Mann. Wieso sind denn alle so gemein zu mir? Ja. Gut, dann würde ich dann... Oder ihr könnt ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht sieht ihr seine Halbbrüder da auch. Dann würde ich schnell pausieren. Und dann sehen wir uns im Fitti-Fitti-Fitnessstudio wieder. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Dann können wir ja hier umarsch rumschauen. Nö, vielleicht oben. Äh, falsche Taste. Sind wir irgendwo Teenager? Nein, okay. Dankeschön. Dann... Dann... Er hätte eigentlich auch seine Brüder fragen können, ob die... Ja. Ja. Hoppala. So. Er ist ja auch aktiv. Diesen Charaktermerkmal hat er... Persönlichkeitsmerkmal, sorry. Hat er von seinem Vater geerbt. Und das ist eigentlich schon ein schöner Anblick. Oh, ehrlich gesagt, da ist ein Hubschrauber. Ja. Ziemlich schön. Ziemlich wenig los. Ziemlich unrealistisch in einer Großstadt. Und der ist überall. Ich könnte ja auch Fotos machen. Stimmt. Der ist ja Fotograf. Ach, wen haben wir denn da? Ja, Luca. Ich kenne euch noch gar nicht. Hey. Wer ist das? Ach so, Elano. Stimmt, ja. Mein... Vor dem Spielgenerator Sim, aber den habe ich verändert. Das stimmt ja, muss ich mir vorstellen. Wieso habe ich das ausgewählt? Oder hat das Spiel das ausgewählt? Ich weiß nicht mehr. Nee, ich habe das... Nee, das habe ich ausgewählt. Warum geht es dir denn schlecht? So. Kennenlernen. Glücklicher Single. Naja, er hat zumindest kennengelernt. Da ist ja auch Sophia und diese Sims, die ich nicht kenne. Auch Kilian. Na also, gibt es doch ein paar Teenager hier. Ich glaube, die könnten auch Freunde werden, weil er ist ja... Malt ja gerne. Und Yannick fotografiert ja gerne. Aber heute will er mal Sport machen. Hört er so sportlich drauf. Ja. Ich habe ihm ein paar Tattoos gegeben. Ich dachte mir, ich habe wenige Sims mit Tattoos. Das sollte man ändern. Und er mag Piercings. Er hat Nasenpiercing, Ohrenpiercing. Mehr Auswahl gibt es ja auch nicht in diesem Spiel. So. Die haben das gleiche Oberteil an, nur in blau. Das ist Max. Aber hier ist Kilian, sein Sohn. Der fragt sich über seine Muskeln. Aha. Okay. Ich habe einen muskulösen Körper. Eine muskulöse, aber lange Socken. Was ist das? Ähnen. Ja, du kannst dich dehnen. Kannst du dich hier dran probieren. Okay. Dann werde ich das mal versuchen. Mal schauen. Äh. Schwer beeindruckt. Tim weiß, was er tut. Und Yannick ist voller Respekt. Hey, das hatte ich noch nicht. Cool. Da war so viel Gefühl, ich noch nicht hatte. Oder hatte ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, schwer beeindruckt hatte ich noch nicht. Nee. Cool. Nice. Wo man auch irgendwie... ...unbeeindruckt oder so haben. Das Gegenteilige. Yes. Nice. Ah, das sind ja ein paar. Stimmt, ja. Ja, du trainierst aber weiter. Max. Filians Vater. Ist noch hier so... Niemand? Es ist halt ziemlich wenig los. Ich glaube, ich erinnere, bei Sims 1 war das so, das hing von deiner Leistung ab. Äh, von der PC-Leistung. Von deiner schulischen Leistung, nein. Von deiner PC-Leistung. Wie viele Sims zum Beispiel in einem Laden waren oder in einem Restaurant. Das gab es ja auch bei Sims 1. Und, ähm, ja, bei Sims 4, da kann man irgendwie gar nichts einstellen. Es ist ziemlich unrealistisch, dass in einer Großstadt so wenig los ist. Also da ist zwar wieder jemand, aber das ist halt, ja, und das sind halt keine Sims. Das sind irgendwelche komisch aussehenden Viecher. Ja, die sehen schlimmer aus als Sims 1. Leicht. Ja, Polygone. Ja, oh, da ist Sawa und da ist Leila. Ja, okay, la, oh, ah, 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 ah. Ja. Moment, Moment, Moment. Uh, du musst dich duschen, du Stinky, Winky. Ah, schon, der hat ganz viele Tattoos. So, Zuspruch geben. Hey, du solltest dich mal wieder duschen, das ist voll eklig. Ja, sorry. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe. So schnell vergesst es jetzt. Mein Hirn ist ja vollkommen kaputt. Dehnen. Du könntest ja auch neue Freunde finden. Hallo, du bist ein Teenager. Hallo. Wie viele Teenies kennst du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf geht doch. Ich habe völlig vergessen, dass ich noch Familie mit Kindern erschaffen wollte. Habe ich irgendwie vergessen. Ist das hier nach Geschlechtern? Ja. Dann muss ich ihn hierher bringen. Dann gehst du schnell mal duschen. Und das können wir im Tempo 3 machen. Ich verstehe nicht, warum das Spiel sowas angezogen hat. Na egal. Es ist die Sims 4. Was erwartest du von die Sims 4? Jo. Dich beim Duschen zu beobachten ist sehr aufregend. Ich weiß zwar nicht, warum es so lange dauert, aber hey, da sind es wir. Du sollst ja nicht mehr trainieren, weil sonst hast du ein Muskelgater. Muskelgater. Aber ich weiß, was du machen könntest. Du könntest ja mal weggehen. Wir haben ja noch ein paar Minuten, die wir aufnehmen können. Und dann zieht dir aber natürlich was anderes an. Könntest du ja nicht bei der Kleidung eine ausgekleidung anziehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir ja irgendwo in eine Düse. Und vielleicht könntest du dir auch mal eine Freundin suchen. Wäre es zwar nicht. Ich muss mal schauen. Habe ich dir das echt angezogen? Das ist es deiner Schaus. Dann sehen wir uns gleich in einer Disco wieder. Bis gleich. So, dann wären wir hier eine Düse. Und hier haben wir ein paar Jungs da. Hier habe ich einfach gefragt. Kilian, Luca, Haruki, Yannick selber, seine Halbbrüder, Aaron und Antonio. Und die anderen sind halt da zu ihr gekommen. Philipp muss halt immer wieder her sein. Er macht seine typischen Spastiker-Rennen. Ryan, Run, Ranu. Er ist der Mixer. Und das war es auch. Und hier haben wir Manami Miura. Perfekt. Dann würde ich sagen, zusammen hierher gehen. Die haben natürlich nicht ihre... Das können wir ja ändern. Auf Shift. Und dann... War das? Da geht der Betreuung. Outfit ändern. Dann tut dein Ausgeh-Outfit an. Auf Akilien. Zum Glück kann man das machen, ohne irgendeinen Sheet aktiv zu haben. Dann... Hier. Kinderbetreuung. Outfit endern. Zack. Da... Da... Hier haben wir... Was meinst du denn da? Hast du geschaut? Ich bin ja doof. Dann haben wir hier das da. Hab ich dich schon ausgewählt. Kinderbetreuung. Mh... Ja. Das können wir ja bei allen machen eigentlich. Ganz ehrlich. Ist das schon so ein Party-Outfit? Perfekt. Ach, das ist ja der Vater. Hey. Das ist ja gut. Dann... Wie können wir da... Dann machen wir das bei allen gleich eigentlich. Wo noch... Ups. Falsch. Ähm... Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab ihn getötet. So. Gut. Dann hab ich... Das verkackt. Erscheinend kann man das nicht bei jedem machen. Gut. Dann haben wir das aber jetzt einigen gemacht. Hey. Da ist ja noch jemand. Vielleicht kommt hier... Die Girls-Power. Yay. So. Ist das dein Party-Outfit? Ich kann's doch nicht mehr. Ja. Es ist begrenzt. So. So. Dann würde ich sagen, können wir ja tanzen. Zusammen tanzen. Vielleicht haben die Girls. Hey, geh weg. Stimmt, der könnte ja Fotos machen. Äh... Was ist denn mit euch los? Was? Das ist aber hier. Könntest du bitte da hingehen? Dankeschön. Echt rumzuheulen und machen ein Foto. Das ist natürlich gut. Ich finde es schön, dass dieses... dieses Ding auch da ist. Das da, das finde ich echt toll. so, dann... kann man ja so machen. Er macht jetzt Fotos in der Disse. Dann haben wir nochmal hier Veronique und hier haben wir seinen Bruder. Du kannst ja mal mit deinem Bruder reden und kennenlernen. Hey, du bist doch mein Halbbruder, nicht wahr? Ich hab dich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das ist echt wahr. Ja, lasst du doch ein Foto... lasst uns zusammen ein Foto machen. Klar, warum nicht? Einfach in die Kamera schauen. Ich weiß, wie das geht. Ich hab natürlich wieder vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. das Gute ist, man kann ja... Nice. So. Dann... Zack. Können wir ja unserem Bruder, Halbbruder ausschenken. So, das verkaufen wir mal. Dann machen wir es so und dann... schenken wir ihnen dieses Bild einfach. Leidering muss jetzt nicht unbedingt sein, aber du kannst ihm ja... liebevoll umarmen. Und dann das als Geschenk machen. Freuliches Geschenk geben. Großer Fotoabzug. Ey, komm her. Ja. Ich hab ein Geschenk für dich. Für mich? Ey, geil. Ja, vielen Dank. Wow, das ist ja das Foto, das wir gerade gemacht haben. Das ist ja mega. Das ist unser Vater. Stimmt. Ja. Ich hab ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Dad. Und du? Also mit unserem Dad. Vielleicht ziehst du sogar zu ihm. Echt? Ja. Weißt du, wo er wohnt? Äh, nee. Stimmt ja, die wissen ja nicht, wo er wohnt. Dann müssen... Das ist Antonio, sein zweiter Halbbruder. Können lernen. Hey, Antonio. Kannst du auch, liebe Blumen umarmen. Du hast natürlich nichts mehr kennengelernt. Und toll, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch. Und da würde ich ja auch sagen, macht's ja auch mal ein gemein, das ist so ein Foto. Äh, Antonio. Dann lass uns ein Foto machen. Okay. Bin mal ganz spannend. Ah, ich dachte schon, der Dings wird da im Weg stehen. So. Dann auch ganz gut... Oder war das ein mittleres... Mal ein großes Foto. Perfekt. Ja, ist ein großes Foto. Und ja, so kann man auch Freunde werden bei die Sims 4. Einfach zusammen ein Foto machen. Bitt so doof. So. Dann einmal... So, einmal... Er kriegt natürlich das billigere Foto. Dann schenkst du es ihm noch schnell. Und dann würde ich sagen, wie machen wir die Folge zu... Äh, aus. Also, viel haben wir jetzt nicht geschafft. Aber, hey. Nicht nur wüsste, wo es ist. Also. Einmal. Zu freundlich. Da Geschenk geben. Ist wahrscheinlich da immer. Und... Äh, äh... Ich geb dir mal das Foto. Willst du das Foto haben? Äh, ja, freilich. Ja, bitteschön. Äh, schön verpackt. Was? Das ist aber echt schön. Wow. Ein riesengroßes Foto. Cool. So. Also, ja. Yannick war jetzt auch mal weg. Er hat seine Halbbrüder mal wieder gesehen nach Jahren. Und... Ja, why not? Dann, falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Nicht vergessen zu abonnieren und mir auf Twitch und Twitter zu folgen. Und natürlich das nächste Mal wieder einschalten in der neuen Folge von Die Sims 4. Ciao. 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 Ciao.